Ich glaub das gerade nicht! Ich bin am Meer! Wie heißt's? Tutel Mare! Tutel Mare! Am Meer mit meinen Konyos! Ich glaub ihr seid alle gut angekommen. Ich begrüß euch ganz recht herzlich im Namen von Dessange Professional Hair Luxury. Eine neue Brand. Hallo meine Lieben! Heute aus ganz ungewohnter Location! Schaut's euch an! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Ich bin... Warum gucken die Männer so? Die Männer gucken, weil ich filme. Ja, wir sind hier mit einer neuen Marke, die es in Frankreich schon super lange gibt. Und zwar nennt sie sich Dessange. Und die wird's jetzt bald ab September auch in Deutschland geben. Und ich verbrenne mir gerade so übelst meine Füße. Deswegen stelle ich mich nochmal hier hin. So. Und hier am besten ins Wasser. Wartet, bevor ich hinfliege. Ah! Abkühlung! So. Und auf diese Reise nehme ich euch mit. Ich wünsche euch total viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, dass ich das diesmal ein bisschen anders gestalten kann. Mal gucken. Meine liebste Lieblingssteffi ist mit dabei. Die Mayra ist mit dabei. Und die Tara. Wir sind zusammen hier nach Nizza geflogen. Habe ich überhaupt schon gesagt, dass wir in Nizza sind? Nein. Also wir sind in Nizza gelandet und sind nach Cannes gefahren. Oh mein Gott, ich bin noch total verwirrt, weil es hier so schön ist. Okay, meine Lieben. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Alles gut. Alles gut. Ja, das kann man das heute auch. So. Oh! Oh! Und ich binierlich. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Und los geht's mit der Haarbehandlung, also so sehen jetzt meine Haare aus vorher und wir machen natürlich dann auch ein nachher Bild und die Steffi ist schon fast fertig und hat schon gesagt, dass es ganz, ganz wunderbar duftet. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch ein extra großes Waschbecken bekommen für meine Haare. Ich hoffe, dass wir heute Abend dann rechtzeitig fertig sind. Also mal gucken. Das war's. Ja, und den hast du sogar gewonnen. Zwei Jahre, ne? Zwei. Oder? Zwei oder drei sogar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lange her. Hauptsache, ich habe dich kennengelernt. Okay, unser Shuttle wartet. Wir fahren jetzt mal. Bis später. 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 Untertitelung. BR 2018 Wir fahren grad aufs Meer zu. Yeay, Ficciel Mare. Ich glaube, ich bin ein kleines Kind. Als hätte ich das Meer noch nie gesehen, ne, Philipp? Sehr gut. Ich muss auch so rüberkommen. Es ist so schön hier. Und letztes Jahr war ich hier mit meiner Familie. Oh, so schön. Ich freue mich. Hey, guckt mal. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit hier durch Cannes. Wir sind gerade in Cannes. Und schaut mal, hinter mir ist es Carlton. Und letztes Jahr war ich da gestanden mit meiner Familie. Und jetzt bin ich hier mit meinen Connors. Unglaublich. Wir haben gerade ein Bild gemacht. Es ist so, so witzig. Es ist so schön hier. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich noch einmal in meinem Leben Cannes sehe. Ja. Und dann vor allen Dingen mit meinen Mädels. So, wir spazieren hier jetzt noch ein bisschen an der Promenade entlang. Und hier ist die liebe Nadine. Shopinator auf Instagram. Mega. Schaut bei ihr vorbei. Richtig geile Villa. Ja. Und wir gehen jetzt wohin, du darfst sagen? To Sephora. Yeah. Aber wir gucken nur. Wir kaufen nichts. Nee, nee. Nichts kaufen. Nein, nein. Wir nichts kaufen. Nichts kaufen. Hier Cartier, Dior, Valentino. Nichts kaufen. Nee. Nur gucken. Nur gucken. Ich habe auch extra keine Kontaktlinsen drin. Damit du nicht siehst. Also, bis später. Wir essen jetzt was ganz, ganz Leckeres. Was total typisch Französisches. Im Cannes. Äh, nicht. Sind wir in Italien, Steffi? Ich dachte, wir sind im Cannes. Okay, egal. Also, wir haben eine kurze Pause gemacht. Wir waren bei Sephora und bei La Dure. Die anderen waren noch bei Zara. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Und ich möchte unbedingt, ich möchte unbedingt das Meer sehen. Ja, das bringt Glück. Ich möchte unbedingt das Meer sehen. Ganz, ganz kurz. Wenigstens einmal kurz die Füße ins Wasser. Da, wo ich letztes Jahr mit meiner Familie war. Ich würde mich freuen. Hoffentlich schaffen wir es noch. Weil die Fahrer holen uns dann noch ab. Okay. Also, drückt mir die Daumen. Ich glaube das gerade nicht. Ich bin am Meer. Wie heißt? Tutti al mare. Tutti al mare. Alle Italiener unter euch wissen jetzt, warum ich das sage. Wo ist die Maida? Und die Steffi. Ich bin am Meer mit meinen Kognos. Ich glaube es nicht. Ey, ich glaube gerade nicht. Nur Steffi. Die ist schon am Meer. Die ist schon im Meer. Okay, die hat schon Kopfweins mehr gemacht. Sieh die doch mal. Und letztes Jahr, ich zeige euch, wo ich letztes Jahr mit meiner Familie war. Und zwar einfach einmal rüber. So ein ganz kleines Stück. Also hier 10 Meter weiter. Voll schön, oder? So, jetzt machen wir uns mal ein bisschen die Füße da. Am Meer, Mayra. Mayra, du musst noch sagen, Tutti al mare. Tutti al mare. Du musst es mehr singen. Tutti al mare. So, die White Night Party hat begonnen. Und ich muss euch... Yes, sir. Yes, sir. Die White Night Party hat begonnen. Und ich muss euch jemanden zeigen. Trommelwirbel. Schau mal, wie schön sie ist. Hauptsache selber voll hübsch. Schau mal bitte. Und sie ist so lustig. Ich muss die ganze Zeit über ihren Humor lachen, weil sie die ganze Zeit... Den indischen Akzent... What do you mean? Yes, it's done. Und wir lieben doch den Big Bang, Sandro und ich. Wir gucken das jeden Abend. Und wenn sie so spricht, das ist der Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich sagen? Hass von in unsere Gang, würde ich sagen. In meine Gänge. Sag mal Konyo auf Indisch. Konyo. Das wird so schwarz. Konyo. Also ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Wenn nicht, dann ein bisschen was ihr zu tun habt. Und sie hat total Hunger. Deswegen muss ich dem Kind jetzt mal was zu essen geben. I need food. I need it. Bis später. Warum ärgert mich dieser Mann immer? Jedes Mal. Philipp. Aufstehen und so. Nee, du machst keine schönen Bella von mir. Dann nehme ich dir das Teil hier ab, was in der Hand haut. Das hat fast das... Wie kaputt mit dir. Denise, eine Kündigung aussprechen. Hm? Ich sehe voll fertig aus. Es ist schon halb eins. Und die Party ist jetzt zu Ende. Unser Shuttle wartet. Wir werden abgeholt. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach nochmal. Ich muss mich jetzt erstmal von dieser coolen Location hier verabschieden. Das ist so schön. Es ist einfach so schön. Und ich muss jetzt einfach Tschüss sagen. Leider. Alles hat ein Ende sozusagen. Okay. Also, ich melde mich auf jeden Fall nochmal bei Orls und bis später. Guten Morgen. Abflugtag. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt. Und ich war's denn da drüben, die Mädels. Und Frühstückung nach. Ich freue mich jetzt auf zu Hause. Aber es war natürlich auch wunderschön hier. Ich bin froh, dass ich die neue Marke DeSorge kennenlernen durfte. Die es eben ab September auch in Deutschland zu kaufen gibt. Und ich werde auf jeden Fall ausgiebig die Produkte testen und euch dann berichten, wie ich sie finde. Und jetzt verabschiede ich mich mal, weil ich bin noch so, so müde. Wir sind um halb vier ins Bett und um halb sieben wieder aufgestanden. Und deswegen meine große Sonnenbrille, die größer ist als mein ganzes Gesicht. Genau. Aber ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Und ich drehe mich mal ein bisschen, damit ihr auch noch den schönen Pool seht. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Die Stewardess hat sich einfach neben mich gesetzt. Passt auf, es geht gleich los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vor dieses Fluges nach... Und fliegen wir nochmal vor. Ich bin so aufgeregt. Aber Gott sei Dank habe ich die Mädels hier. Ihr wisst ja, ich fliege nicht so gerne. Aber ich melde mich nochmal von zu Hause. Oder? Ja. So halb zusammengebrochen. Wenn du es geschafft hast. Also, bis später. Girl, I've waited long for you. So be my princess for life. That's fine. Girl, your sisters do only do. Untertitelung des ZDF für funk, 2017